Hier waren wir noch nicht weiter. Okay, das ist riesig hier. Oh, aufheben, was hat der da liegen lassen? Sammelgegenstand erhalten, Anweisung von unserem Meister. Prinz Rassan ist tot. Sargon hat ihn getötet. Er ist geflohen mit Anahita. Er hat sich dem Lager seiner Mentoren angeschlossen. Ohne euch bin ich nichts, doch gemeinsam können wir Persien retten. Sargon darf sich nicht einmischen. Wir müssen Sargon und Anahita aufhalten. Und zwar um jeden Preis. Okay. Plus 1 Anweisung von unserem Meister. Aber ich glaube, hier hätten wir auch mal weiterlaufen können. Aber die Tür ist zu. Zu. Na toll. Super. Also, irgendwie muss mir das Spiel mal ein bisschen was liefern. Weil irgendwie komme ich nicht weiter mittlerweile. Weil wenn wir uns mal auf der Karte umgucken. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir nicht weiter. Was haben wir denn noch nicht erforscht? Hier haben wir alles erforscht. Hier haben wir alles erforscht. Da kommen wir nicht weiter. Da kommen wir auch nicht weiter. Schloss. Hier haben wir auch alles erforscht. Hier haben wir alles erforscht. Bis auf den Bereich da oben. Da kamen wir nicht rauf. Da war noch ein Schloss. Ah. Da kamen wir nicht durch. Da war ein Schloss. Da kamen wir auch nicht weiter. Da kamen wir nicht weiter. Da bin ich noch nicht weiter gegangen. Wie kommt man da hin? Da bin ich noch nicht so wirklich gewesen. Okay. Also. Durch den Flügelraum. Von hier oben. Hier einmal wieder runter. Dann einmal da runter. Da rum. Da längs. Durch den Flügelraum. Okay. Gut. Aber beim Flügelraum. Ist hier auch noch irgendwas. Schloss. Musste ich hier runter? Nein. Hier musste ich rüber. Weil irgendwie gibt es definitiv noch Sachen. Sommer. Wer hat denn den jetzt wegfahren lassen? Toll. Jetzt muss ich warten oder was? Na komm hier. Ich will das nur mal testen damit. Nein. Secret ist hier nicht mehr. Aber er kann echt gut wie Jackie Chan an der Wand runterrutschen. Plopp. Hm. Ja. Plopp. Okay. Also hier runter. Ich könnte mal kurz beim Baum einmal chillen. So. Er steht auch wie so ein Streetfighter-Leifel. Oh. Ich dachte schon. Ich kann hier irgendwas kaputt machen. Aber nein. Ah. So. Hier weiter runter. Hier dann nach rechts. Weil hier gab es auch wieder Sachen, wo ich nicht hinkam. Weil die hier oben drüber sind. Und das hier. Das kann man ja nicht hochziehen. Und hier kamen wir auch nicht weiter. Äh. Au. Sag mal. Was soll denn das? Ich hab grad rausgefunden, wie ich mich hier raufschieben kann. Lass das. Nein. Ach, Menno. Warum sind dann das immer so doofe Gegner? Wo bin ich jetzt? Da oben wieder. Also ich komm da rauf. Mit ein bisschen Cheaten. Aber ich komm, glaub ich, nicht auf die... Ah, auch dieses andere Ding da rauf. Äh. Also mit diesem Wandjump kommt man da rauf. Aber ich weiß nicht, ob das auch so beabsichtigt ist. Weil hier... ...kommt man nicht oben ran. Aber da kommt man dann rüber. Und der Vogel zwitschert auch. Wie viele Gegner gibt's hier denn bitte? Alter. Lass mich doch mal. Aufladen, aufladen, aufladen. Oh nein, da wollte ich doch rauf. Der hat mich da gerade raufgeboxt, der Penner. Sag mal, was ist denn hier los? Was sind denn das für mega schwere Gegner? Hä, 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 hä. Hä, 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 hä. Hier kommt man nicht rauf. Alter. Der boxt mich so richtig weg. Mann, 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 Mann. Lass das. Na, endlich ist der eine weg. Ah. Da komm ich aber nicht rauf. Da wär ich raufgekommen, wenn der mich hochgeboxt hätte. Nee. Komm ich tatsächlich nicht weiter. Hä, ja gut. Wo muss ich eigentlich hin? Also darüber kam ich auch nicht. Weil das... Die Tür war zu. Na, immerhin. Momentchen mal. Äh. Da musste ich rüber. Hier ist aber auch wieder nirgendwo ein Baum. Da ist ein Baum. Ah, das ist der Raum. Der große Raum hier. An den erinnere ich mich. Ja, genau. Da zwitschert er wieder. Weil hier im Mittel war sowas wie ein Brunnen. Wo ich nicht weiterkam. Ja, genau. Und hier war so eine Münze. Nö. Da kam er nicht weiter. Was war da oben im Raum? Oh. Ja. Chillt doch mal. Hier, heiliges Archiv. Hier kam ich irgendwie oben nicht rauf. Ah, stimmt. Das ist das, wo ich wahrscheinlich Double Jump oder sowas brauche. Was ich hier auch mal ein Schloss hinmache. Die Karte ist voll mit Schlössern. Weil ich nix kann. Ja, ich weiß. Du zwitscherst. Aber ich komm da nicht weiter. Hier auch zum Beispiel. Hier kommt man ja wahrscheinlich erst weiter mit dieser Fähigkeit, womit man diese Plattform austauschen kann. Also kommt man hier auch nicht weiter. Da oben ist eine Tür. Ah, okay. Da oben bin ich aber noch nie raufgekommen. So, was gab's hier noch? Da unten kam er nicht weiter. Da oben ging's nicht weiter. Mann, 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 Mann. Da bin ich aber auch noch nicht gewesen. Weil's da dunkel ist. Na komm, gehen wir einfach mal geradeaus weiter. Au. Oh mein Gott. Das schon wieder. Nein! Hier drunter war ich noch nicht. Hier. Aber warum? Warum zeigt er mir das als... Da war ich noch nicht an. Da kommt man jetzt nicht durch oder so. Ah! Du schon wieder. Nein! Ich brauch irgendwas, um den zu überlisten wahrscheinlich. Weil es gibt wahrscheinlich... Da unten war ich auch noch nicht. Und da war ich noch nicht. Okay. Warum war ich hier auf der... Hier fehlt irgendwie ein Schlüssel. Sorry. Hier auch. Funktioniert das Ding überhaupt? Nö. Also hier auch Schloss. Schloss. Überall Schlösser. Das ist so ein bisschen... Maximal nervig. So. Kann ich denn als der da rein? Hallo? Nö. Das heißt hier auch wieder... Floss. Aber ich hab kein Schlüssel-Symbol, oder? Warum funktioniert das eigentlich nicht auf Anhieb? Hier auch wieder ein Schloss. Ich hab jetzt leider kein... Kein Schlüssel-Symbol. Eigentlich bräuchte man mehr Symbole. Hallo? Schloss? Schlüssel. Ja. Das ist irgendwie nervig. Alles abgeschlossen. Ja, egal. Gut. Dann kommen wir hier definitiv nicht weiter, weil ich hier Schlüssel brauche. Wo auch immer ich die Schlüssel herkriege. Ich hab keine Ahnung. Der steckt echt viel ein. Und der chillt den wieder. Hier, der Hebel ist leider kaputt. Ah, hier war das. Aber da oben kam ich nicht durch. Weil mir da auch wieder gefühlt irgendeine Fähigkeit fehlt. Beziehungsweise... Hier kam man durch. Au. Au. Nein. Das war aber klar. Immerhin sind wir noch aus dem Knast raus. Okay, okay, okay. Überall kommen wir nicht weiter. Überall kommen wir nicht weiter. Überall kommen wir nicht weiter. Warum hab ich da ein Fragezeichen gemacht? Haben wir irgendwo einen Teleporter? Nö, natürlich nicht. Ah. Okay. Also da gibt's definitiv scheinbar noch was? Da gibt's scheinbar noch irgendwas. Irgendeinen Gang. Und hier. Da ist auch ein Fragezeichen. Da kam man nicht durch. Ah, das war der Bereich. Aber ich hab keine Zeit mehr. Das heißt... Ich werde bei diesem Baum chillen. Und wir werden dann morgen ein wenig weitermachen. Das heißt, es geht auf YouTube morgen weiter. Und auf Twitch auch. Äh, joa. Das war's. Das heißt, ähm... Favorisieren, abonnieren, liken. Denkt dran. Und, äh... Wer das alles gemacht hat, äh... Auf YouTube bitte drückt die Glocke. Ich sag tschüss. Tschüss. Bis morgen. Tschüss.